Okay, ich muss sagen, das war richtig, richtig, richtig scheiße von dem Spiel. Passt auf. Seht ihr es? Ja, das hätte jetzt eigentlich nicht passieren sollen. Moment. So, nochmal. Seht ihr es? Da unten. Okay, ich dachte schon, das haben wir jetzt bei uns, weil wir haben es ja mitgenommen. Okay. Kein Problem, kein Problem. Was hat das alles mit Celebi zu tun? Warte, warte, warte. Ähm, ja. Okay. Legendary Pokémon want to battle. Hallo Celebi Level 20, fangen wir damit an. Das habe ich jetzt eigentlich überhaupt gar nicht so damit gerechnet, aber okay. Ha, 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 ha. Slam. Hm. Uh, es ist stark, es ist stark. Hm. Donnerschock. Was für ein Typ ist Celebi eigentlich, so am Rande mal. Hm. Ernsthaft, ich habe keine Ahnung. Pflanze ist es nicht. Und Slam ging dann eben, das ist scheiße. Hm, hm. Oh, es ist covered by while. Macht Bodyguard nicht, dass es keine Statusveränderungen mehr haben kann? Oh, okay. Ah. Jetzt ist es nicht mehr paralysiert. Das müssen wir ändern. Da, eine Welle ging... Ach, scheiße, stimmt. Hm. Oh, okay, gut, gut. Oh, ja, so geht's auch. Ich würde mal sagen, es war jetzt ein bisschen fail für uns beiden. Hm. Da ich nicht will, dass mein Pikachu abkratzt. Eine Citrusbeere drauf. Ah, die Citrusbeere war berechtigt. Slam. Ach, fick dich. Okay, der Bodyguard noch anhält. Nein, oh, oh, Bodyguard hört auf. Geil. Genau im perfekten Moment. Dün, dün. Dün, 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 dün. Ah, oh. Oh, 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 oh. Okay, das war jetzt sehr, sehr knapp. Deshalb sind Überreste einfach der Hammer. Weil wären die nicht da, wäre ich jetzt tot. Slam. Okay. Soll ich jetzt riskieren, nochmal Slam einzusetzen? Ja, komm, einfach. Das, das kommt schon. Was zur Hölle? Ähm. Okay. Wisst ihr was? Gut, das ist gut, dass ich ja nicht nur ein Pokémon besitze. Also scheißen wir doch einfach mal drauf. Und holen Rottigi. Oh Mann, die Attacken, die es drauf hat, sind schon ziemlich geil, muss ich sagen. Okay, außer, ähm, das würde ich alles meinem Pokémon beibringen, was ich auch hatte. Ja, so. So. Nur für den Fall, dass du dich jetzt heilst. Okay, was du nicht tust in dem Fall. Das war die erste dumme Tat, die du gerade getan hast in diesem Kampf, Salibi. Der Rest war perfekt. Es war ein perfekter Kampf, kann man nicht meckern. Keine dumme Aktion, einfach geiler Kampf. Autsch. Ja, tja, hast gelitten. Sehr guter Kampf. Citrusbeere. Ja, Mann. Ähm. Ähm. Have a nice day. Dankeschön, Gottverdammt. Schon ist es kein toller Tag mehr. Ah. Ich will alle legendären Pokémon bekämpfen. Und jetzt ist Salibi so down, dass es sich schon nicht mehr bewegt. Und daran bin ich nur ich schuld. Ich bin so böse. Na und, da scheiße ich drauf. So. Hm. Auf zu Ho-Oh. Mit unserem schönen Schwalbini. So. 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 Hier ist deine Feder. Danke. Hä? Was ist passiert? Warte. Was? Moment. Ho-Oh hat die Feder von Schwalbini bekommen und Ho-Oh hat sich Schwalbini zurückgegeben? Ähm. Ähm. Was zur Hölle? Was? You're crazy. Ha! Warte. Danke, dass du uns gerettet hast. Hm. Ähm. Ja. Ja. Ähm. Okay. Jota und Kanto under my territory. Ach so. Raihkwaza ruled über Höhen. Okay. Ist klar. Ähm. Was ist Gento und Heva? Naja egal. Wir kommen aus Heva. So. Crossing their border is only mean one thing. They will be territory battled. Oh. Lugia, Soomaltress, Zapdos und Ack. Ach so. Against territory. Ach so. Wegen den Orange-Inseln. Okay. Ähm. Okay. Was zur Hölle? Ähm. Was ist hier? Wandering all by myself. Ähm. Was geht jetzt ab? Ähm. But yes. Want to talk to Kutcher? Ähm. Or maybe Sparkle Eyes? Off my speed flight. Would you stop making... BAM! In your face! Okay. Also. Geil. Äh. Du bist Mark. Stimmt's? Ja. Ich bin Mark. Ähm. Ähm. Super Stunt. You have a very big mouth. Ja. Ach so. Das ist warum du in deinem Schäubini verwandelt wurdest. Äh. Und du mochtest so schon immer sehr. Äh. Aber wer bist du? Äh. Jawohl. Mit Pokémon. Oh. Night. Äh. Hat mich zum Geburtstag eingeladen. Okay. Äh. So. Du bist Night. Okay. Äh. Found others as well. Yeah. But I haven't seen yet old. Okay. Okay. Ähm. Now Mark. Okay. Go. Was zur. Moment. Cool. Somit haben wir Mark im Team. Auf Level 20. Okay. Die Attacken sind gar nicht so scheiße. Muss ich sagen. Wow. What a cute little Pikachu. Okay. Wir sind in einer Stadt. Ach so. Die reden jetzt über Ho-Oh. Weil Ho-Oh und ja. Hallo kleines Flemly. Ich trainiere mit meinem Master. Um stärker zu werden. Okay. Äh. 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 Okay. Das ist das Band zwischen Pokémon und... Ja. Meister. Hier ist nichts. Der Weg war einfach umsonst. Aber hey. Jetzt sind wir mal in einer Stadt mit Menschen. Aber geil, dass ich so groß bin wie jeder von denen. Wenn Ho diesen Ort besucht hat, das ist ein gutes Zeichen. Wer war nochmal Wander? Na, na. Na, hallo. Ich bin ein Pikachu. Äh. Äh. Okay. Was zur... Okay. Hallo. Hi there. Hallo und das Pikachu. Yeah. Moment. So. Cool. Das ist voll geil. Aber okay, gut. Ähm. Gut zu wissen, dass ich nicht das einzige Pikachu in diesem Spiel bin. Die Frage ist jetzt nur, wo muss ich lang? Ich war jetzt in jedem Haus. Ähm. Hier ist auch nichts. Ich habe jeden angesprochen. Oder? Ja. Was muss ich denn tun? Gucken wir nochmal hier. Okay. Interessant. Kann ich vielleicht da oben lang? Auch nicht. Moment, Moment, Moment. Ähm. Ähm. Okay. Seit wann? Ähm. Das verwirrt mich jetzt ein wenig, aber ähm. Ja. Gut. Dann kann ich jetzt als Surfer. Wieso? Egal. Interessiert doch keine Sau. Wahrscheinlich muss ich da lang. Trattini, you serve. Yay. Das ist doch der Hammer. Ähm. Aber angenehm, dass keine Pokémon kommen. Bis jetzt gleich. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Jetzt sag nicht, das ist die Höhle, von der ich denke, dass es die Höhle ist. Weil dann wäre ich in Poen. Also kann das nicht die Höhle sein, von der ich denke, dass es diese Höhle ist. Von der ich denke, dass sie es ist. Ja, es ist die nicht. Ähm. Und was ist hier jetzt? Oder anders gesagt, bin ich hier überhaupt richtig? Oh Gott, das ist so angenehm. Nicht so viele Pokémon. Nein, wildes Mahalo. Machop. Ah. Karte-Job. Ja, Mann. Shinigami-Job. Ach ja, Solita. Schöner Anger. Ja. Der Manga hingegen ist nicht so toll, muss ich sagen. Aus dem simplen Grund, weil Mifu nicht stirbt. Im Manga. So. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Los, du bist dran. Schwalbini. Oder Mark. Der andere ist Steve, oder? Das kommt erstmal nach oben. Einfach mal eine Wing Attack drauf. Mal gucken. Ja. Tja, gegen mein Schwalbini kommt dein Angriff nicht an. Quick Attack on chest. Okay, aber ich sollte wieder nicht gegen zu Wort kämpfen, weil das einfach nur ewig dauert und einfach sackt. Denn, 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 mein Kleinstein, hallo, du, wie geht's dir? Level 14 wieder mal weiblich, das ist doch was. Okay, ich dachte, ach nee, Flug ist ja gar nicht so effektiv. Genau andersrum. Oh Gott. Oh mein Gott, nein. Nicht gut. Hm. Äh, nein, halt. Hm. So. Muss ich eigentlich... Nee, ich muss natürlich da unten lang. Ich bin mir irgendwie grad richtig sicher, dass ich falsch bin. Dass ich dann den ganzen beschissenen Weg nochmal zurücklaufen darf. Das wird lustig. Oh, ein Item. Ein wildes Ohnix auf Level 18. Ich will es fangen. Äh, nehme ich das Dratini. Ja, was auch immer. Psst, hör. Hätte mich auch schwer gemacht, wenn er das überlebt hätte. So, was haben wir hier? Scharp-Bieg. Okay, was das auch immer ist. Oh. Naja, Leute, wir finden erst im nächsten Part raus, ob es hier wirklich weitergeht, ob ich richtig bin, ob ich falsch bin oder was auch immer. Oder ob es nur eine gewöhnliche Höhle ist. Naja, wenn ihr es herausfinden wollt, schaltet auch das nächste Mal ein. Wenn es wieder heißt, let's play Pokémon. Ruby Destiny Rescue Rangers. Ich bin immer bei Mystery Dungeon. Ja, ciao. Oh. 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 Oh.